Heute haben wir mit Conis Rudel trainiert und haben versucht, ein paar neue Übungen zu den Kindern zu lernen und haben sehr viel Spaß gehabt. Wir hatten heute Training vom Conis Rudel mit dem Gutchen-Wallo Siegezorn und mit dem Harald Reinkind. Am schwierigsten fand ich das mit dem Vorwärtslaufen, wo dann der Ball so geworfen wurde und man es halt nicht gesehen hat. Ich finde es sehr wichtig, dass wir so kleine Trainings machen mit den Kindern, weil es dann kriegen wir auch ein anderes Verhältnis zum Handball und hoffentlich finden wir das auch Spaß und bleiben weiterhin Handball trainieren und spielen. Also wir haben heute trainiert mit zwei Spielern von Ranecker Löwen und dass die Coni mitgemacht hat. War ganz cool. Das mit diesem Hochwerfen und dann so klatschen, dass wir da klatschen mussten, da hat ich manchmal den Ball verloren. Nach dem Training haben wir eine Pressekonferenz gehabt, oben im Videoraum, wo die Kinder uns Fragen gestellt haben und haben uns alles gefragt, was sie gewonnen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass man so nah an die Kinder kommt und man fühlt auch, dass es gut ist, ein bisschen zurückzugeben zu den Kindern.